Hallo Düsseldorf, mein Name ist Markus Heinz, ich bin Rechtsanwalt aus Ulm und Mitgründer von Querdenken 731 Ulm. Wie bin ich zu der ganzen Sache gekommen? Ich wurde kürzlich von der Presse gefragt, was so das Einschneidens Erlebnis war. Und weil ich hier gerade auch an einem Fluss bin, mein Einschneidendes Erlebnis, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt reicht es, ist, als man in Bayern am Donauufer einen alten Mann von der Polizei weggeschickt hat, um den rum niemand saß, aufgrund von angeblichem Infektionsschutz. Da war 10 Meter rum niemand. Ich habe dem Mann dann geholfen und gesagt, so jetzt reicht es. Jetzt sind wir hier an der Grenze, wo ich das nicht mehr akzeptieren kann, was hier passiert. Und dann habe ich einen offenen Brief geschrieben. An etwa 1000 Abgeordnete, keiner hat so eine richtige Antwort gegeben, ob er sich mit den Kollateralschäden auseinandergesetzt hat. Ich kann es vorwegnehmen, Sie haben es nicht getan. Alles weitere dann auf der Website, weil die Rede ist jetzt schon sechs Wochen alt und sechs Wochen ist heutzutage sehr, sehr viel Zeit. Ja, so bin ich jedenfalls dazu gekommen. Und ich habe das jetzt heute auch wieder gemerkt, wie diese Angst und Panik nach wie vor bei manchen in der Bevölkerung ist. Und da muss man sich halt fragen, wie kam das? Ich glaube, jeder, der mal diese Art und Doku sich angeschaut hat, weiß, dass dieser Versuch schon mal unternommen wurde oder dass wir so eine Situation schon mal hatten. Und offenbar hat man nichts daraus gelernt. Und nein, man setzt wieder die gleichen Leute hin, ja, die Drostens. Der Rodak ist diesmal auch dabei, aber auf der richtigen Seite, das war er auch damals schon. Und seither wird einfach mit Angst und Panik versucht, hier spätestens ab April vorsätzlich die Bevölkerung in irgendeine Richtung zu drängen. Weil auf Faktenbasis ist das, was hier passiert, schon lange nicht mehr gerechtfertigt. Und ich befürchte, es war es auch nie. Man muss das auch alles mal in eine Relation setzen. Ich schaue ja auch regelmäßig die Zahlen vom Robert-Koch-Institut an, weil zählen können sie. Sie können zwar nicht unterscheiden, ob mit oder ohne Corona, aber sie können zumindest zählen. Und selbst wenn ich diese Zahlen nehme, dann stand gestern 4.861 Menschen, die mit einem Test, einem nicht validierten Test vom Herr Drosten, positiv getestet wurden auf das Coronavirus oder auf was auch immer. So, das sind 0,06 Prozent der Bevölkerung. Und uns erzählt man hier nach wie vor, dass eine dramatische Gefahr droht. Und da frage ich mich schon, woher nehmt ihr das? Ich bin ja als Jurist ein bisschen vorsichtig. Keine Ahnung, ob man euch die Frage beantwortet hat. Mir hat es ja bisher noch keiner beantwortet. Und man kann ja mal so ein bisschen zurückgehen, wie wurde das anfangs alles begründet? Es wurde begründet mit der Überlastung der Krankenhäuser. Diese Gefahr bestand nie. Die ersten zwei Wochen hätte ich das denen noch durchgehen lassen, aber wenn dann mal die Krankenhäuser Kurzarbeit anmelden, dann muss man sich schon fragen, was passiert hier eigentlich? Es wird schlichtweg ohne irgendwelche Faktenbasis, am Anfang wird Angst geschürt, dann hat man irgendwelche Zahlen, die man meistens selber dann ändert, wie sie gerade passen, und dann macht man einfach weiter. Und da frage ich mich schon, warum? Warum wird nicht endlich mal hier bei mir Argumente geliefert, die das hier alles rechtfertigen? Die gibt es nämlich nicht. Man muss ja einfach mal so ein bisschen schauen. Was haben sie uns alles so erzählt? Ja, bewiesen haben sie noch nichts. Und das Beste ist immer, ich lese das in Gerichtsurteilen, das Robert-Koch-Institut stuft die Gefährdungslage als hoch ein. Okay. Die haben drei Kriterien. Übertragbarkeit, Krankheitsschwere und Überlastung des Gesundheitssystems. Und diese drei Kriterien sind alle im Bereich von moderat bis niedrig. Und dreimal moderat bis niedrig ergibt beim Robert-Koch-Institut die Gefährdungslage hoch. Da frage ich mich schon, das könnte ein Richter auch mal überprüfen. Dreimal Minus ergibt nicht Plus. Da muss ich nicht Medizin studieren. Und wenn der Richter dann einfach nur noch sagt, ich verlasse mich blind auf alles, was das Robert-Koch-Institut sagt, dann hat er seinen Job verfehlt. Und wenn man die Zahlen mal in eine Relation setzt, ja, wir werden ja hier mal angegriffen, dass uns die Gesundheit unserer Mitmenschen teilweise egal ist. Das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Aber wenn ich mal die Zahlen nehme, in Deutschland sterben am Tag zweieinhalbtausend Menschen. Seit dieser Corona-Wahnsinn angefangen hat etwa 400.000. Dem stellen wir gegenüber ungefähr 9.000 Menschen, die mit einem positiven, nicht validierten Test gestorben sind. So, und da frage ich mich jetzt, wo ist hier das Verhältnis? Wo? Ich sehe es nicht. Mir kommt es noch keiner erklären. Und es wird ja immer greister. Ich habe heute im Rubicon gelesen, dass man inzwischen auch Corona-Tote ist. Wenn man geheilt war und dann irgendwann folgend, Wochen später, Monate später, dann verstirbt, auch dann ist man ein Corona-Tot. Und das ist schlichtweg das Volk verarscht. Nichts anderes. Und die Zahlen werden natürlich nie auf Null gehen können, weil wir alleine schon wegen der Fehlerwahrscheinlichkeit bei einer geringen Durchseuchung immer einige tausend Fehlprognosen haben. Falschpositive, wegen der Spezifizität. Und deswegen können wir diesen Zustand dauerhaft momentan aufrechterhalten. Und das ist was, da sollten wesentlich mehr Menschen sich dagegen wehren. Ich glaube, es werden mehr. Aber das ist ein ganz wichtiges Signal, dass wir hier alle dranbleiben. Weil die wollen das durchziehen. Die werden das durchziehen, wenn wir nicht dagegen kämpfen auf jeder legalen Ebene. Und das sollten wir alle gemeinsam tun. Sie haben weder nachgewiesen, die Wirksamkeit des Lockdowns, die Reproduktionsrate war vom Vordergrund. Ich habe das auf dem Auto liegen. Es ist immer wieder spannend, dass auch das RK-I-Sens zwischen den Übergang die richtige Kurve zu zeigen. Die geht gegen Null. Haben wir eine erhöhte Gesamtsterblichkeit? Nicht bewiesen. Wirksamkeit der Masken? Das habe ich heute auch schon diskutiert. Da steht ja sogar drauf, dass sie nichts helfen. Und trotzdem wird uns ein Maulkorb verpasst. Also für diejenigen, die mitmachen. Und Kontaktbeschränkungen in Wirksamkeit ist auch nicht wirklich belegt. Also auf gut Deutsch, man erzählt uns hier irgendwas. Man muss als Staat keine Belege mehr bringen. Man kann auch drei Monate nach dem Anfang von dem Ganzen oder vier Monate inzwischen immer noch sagen, wir vertrauen blind auf das RKI. Die sagen hoch. Und solange die hochsagen, machen wir den ganzen Scheiß weiter. Und die werden dauerhaft hochsagen. Was haltet ihr davon? Ich möchte ja hier keine Meinungen wiedergeben. Es ist auch wirklich wichtig, wenn ich solche Sachen sage, dass ihr dann sagt, hey, da pfeifen wir mal. Und nicht, wir finden es toll, was der Herr sagt. Ja, aber es gibt eine Lösung. Die Pandemie endet, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Also die Politik hat uns einen Ausweg gegeben, ein Konjunkturpaket. Das Problem ist nur, also erstens mal sollte man Menschen nicht nötigen. Zweitens sagen Top-Virologen, wie zum Beispiel der Herr Streeck, das kann 10 bis 15 Jahre dauern. Ob es überhaupt funktioniert, weiß keiner. Nach Schulmedizin sind diese Viren schnell veränderlich. Das heißt, das, was die irgendwann mal vielleicht haben, würde überhaupt nicht das bewirken, was sie möglicherweise erreichen wollen. Und dann frage ich mir schon, ob das den Versuche an Menschen wert ist, weil nichts anderes ist das, was hier gerade gemacht wird. Und selbst die Entwickler sagen, wir haben momentan zu wenig Infizierte. Ja, ich weiß nicht, ob man dann die Zahlen mal künstlich hochpuschen möchte. Aber es gibt in vielen Ländern, die, ich glaube, England war es und auch China, die haben zu wenig Infizierte, um das überhaupt noch zu testen. Und die würden dann sagen, die Pandemie endet, und das heißt, die Einschränkungen enden, wenn wir einen Impfstoff haben. Das heißt einfach, die machen das weiter. Und das müssen wir verhindern. Und das werden wir auch verhindern. Vielleicht prüfe ich heute mal so ein paar Grundrechte durch. Ich habe mir das auf meiner Rede mal angeguckt. Also Meinungsfreiheit ist so ein Grundrecht, das doch recht wichtig ist. Grundsätzlich dürfen wir ja noch sagen, was wir wollen. Wir müssen halt mit den möglichen Konsequenzen leben. Das ist bei mir jetzt nicht ganz so schlimm. Jetzt ist es nämlich scheißegal. Die Leute sollen denken, was sie wollen. Aber wir hatten ja auch kürzlich mal ein Video von einem Sebastian, der übrigens aus Ulm kommt und ein Freund von mir ist, das 600.000-mal geklickt wurde. Da hat die Zerstörung des Corona-Hypes. Ich weiß nicht, wer es kennt. Da hat die Universität dann sich gleich mal distanziert und hat gesagt, wir werden das beobachten, was der Student macht. Beobachte das mal. Der macht hier von seinem Grundrechten Gebrauch und von seinen Menschenrechten. Und so eine Äußerung von der Deutschen Universität finde ich schändlich. Ganz einfach. Aber es ist nicht weit mit der Meinungsfreiheit. Wir sehen das auch bei den ganzen Zensuren immer bei YouTube und wo auch immer. Von uns wurden schon viele Redner zensiert, die wirklich auch, also Unternehmer, Professoren und so weiter. Und da muss man dann natürlich irgendwann mal fragen, haben wir wirklich noch eine Meinungsfreiheit, wenn amerikanische Großkonzerne sagen dürfen, das ist gut und das ist schlecht. Und wir entscheiden, was ihr wissen dürft und was nicht. Also das ist schon eine bedenkliche Entwicklung, die wir da aktuell haben. Aber zum Glück gibt es noch genug Leute, die sich trauen, auch ihre Meinung zu sagen. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, ihr werdet so viele positive Erfahrungen machen, wie ihr in eurem Leben nie wieder macht. Es gibt ein paar Idioten, das gibt es. Die werden euch was auch immer heißen. Aber die Masse der Menschen, mit denen ihr zu tun habt, die wird euch für das, was ihr jetzt hier tut, was wir alle tun, danken. Und ihr werdet euch irgendwann auch selbst dafür danken. Ganz wichtig, hier eine positive Botschaft. Kommen wir mal zu den allgemeinen Freiheitsrechten und vielleicht auch zum Eigentumsrecht von dem einen oder anderen Unternehmer. Man könnte ja jetzt hier sagen, mit Abstand in den Ruinen. Also wenn ich mir gewisse Branchen anschaue, Gastronomie, Reise, Kultur und so weiter, das ist meines Erachtens die nächsten Jahre ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob es hier ein größeres Volksfest gibt. Ich habe die Münchner mal gefragt, wann sie glauben, wann es wieder eine Wiesn gibt oder ein Schwörmontag in Ulm. Ich glaube, das dauert noch relativ lange. Und da frage ich mich halt auch, liebe Unternehmer, warum erhebt ihr nicht endlich mal eure Stimme? Das gibt viel, viel zu wenige. Ihr schaut momentan zu, wie der Staat euch letztlich komplett zerlegt. Und ihr sagt dann ganz oft, naja, wenn ich mich jetzt wehre, dann ist das Geschäft. Wenn ihr euch nicht wehrt, gibt es bald kein Geschäft mehr. Und zwar nicht nur für euch, sondern für uns alle. Und es ist wichtig, das zu erkennen. Und es ist auch wichtig, auf Kunden offen zuzugehen. Wenn das erste Wort in einem Geschäft ist, ein geschrienes Maske. Danke, ich komme, ich beehre Sie nicht wieder. Ihnen auch einen schönen Tag. Früher hat man Menschen begrüßt, heute schreit man Maske. Was ist das für eine Kultur, die wir hier geworden sind? Ja, und auch die Unternehmer müssen halt sehen, wenn das der Weg ist, dass man alle Menschen per se diskriminiert, die das teilweise auch gesundheitlich nicht können und aus vielen anderen Gründen, die werden nicht mehr bei euch einkaufen. Die gehen dann zu Amazon. Und Jeff Bezos hat dann demnächst halt 200 Milliarden. Und all diejenigen, die momentan profitieren, das sind die ganz, ganz, ganz Großen, die lachen sich einen, weil die euch alle, alle Unternehmen, die momentan in Gefahr sind, irgendwann billig aufkaufen. Und da freuen die sich jetzt schon drauf. Die warten nur, bis die Lage dann mal schlecht genug wird. Die haben Cash ohne Ende. Und deswegen muss man verstehen, dass wir hier alle zusammenhalten müssen. Und dass eben nicht jeder Verband sagt, ja, wir machen das jetzt alleine. Nee, mit denen wollen wir nicht. Das ist uns zu gefährlich. Leute, entweder wir machen das alle, oder es wird nichts bringen. Also lasst es uns gemeinsam machen. Ich hoffe, wir überziehen nicht wieder maßlos, aber das kriegen wir bestimmt irgendwo hin. Ja, mal kleine praktische Erfahrungen. Wir hatten das jetzt in Göppingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, mit einem Restaurant, das sehr auf unserer Linie ist, das mit Michael Ballweg ganz gut befreundet ist. Und denen haben sie kürzlich den Laden zugemacht, weil die Mitarbeiter sich nicht an die vermeintliche Maskenpflicht gehalten haben. Und dann wurde, das alleine reicht noch nicht fürs Buch, ich erkläre euch noch ein bisschen mehr, was da passiert ist. Dann wurde praktisch ohne Verfügung, ohne Erklärung, mit Rücksprache, mit Ministerium, der Laden dicht gemacht. Der Unternehmer, den habe ich dann gefragt, ja, was hast du eigentlich gesagt? Naja, meine Mitarbeiter haben sich alle beschwert, die sind im Biergarten, laufen am Tag 25.000 bis 30.000 Schritte bei 28 Grad, schwere körperliche Arbeit. Und er hat gesagt, sie können das gesundheitlich nicht, sie brechen da zusammen. Also hat er gesagt, wir können das unseren Mitarbeitern nicht zumuten, aus gesundheitlichen Gründen, deswegen haben sie keine Maske zu tragen, ja, nachweisbar. Und er hat ein Hinweisschild aufgeschrieben, als ein Laden, wenn sie sich halt deswegen unsicher fühlen, müssen sie bitte woanders hingehen, ja. Und das war ein sehr, sehr gutes Konzept, also sie hat es durchargumentiert, hat sich völlig an die Verordnung gehalten, und trotzdem hat die Polizei dann gesagt, wir schließen das, ja. Zunächst mal waren die Mitarbeiter die Adressaten des Ganzen, sie konnten das ihm gar nicht schließen, dann sind sie reingegangen, eine Mitarbeiterin wurde von der Polizei genötigt, ihr wisst nicht grundsätzlich gegen die Polizei, jetzt, nur dass wir uns da richtig verstehen, ja. Aber wenn ein Polizist einer Mitarbeiterin sagt, sie ziehen jetzt sofort eine Maske auf, ja, der Mann hat hier eine Pistole, das muss man sich immer wieder so ein bisschen vor Augen führen, dann ist das ganz einfach was, das ist Nötigung. Ich kann niemanden mit nichts dazu zwingen, eine Maske aufzuziehen. Das geht nicht. Ich kann eine Anzeige aufnehmen, können wir machen, dann können wir das über das Strafrecht und über das Ordnungswidrigkeitenrecht klären. Aber sowas kann ich nicht machen. Ich kann doch nicht einen Bescheid reinschreiben, wohl wissend nicht, dass es falsch ist. Fünf Jahre Gefängnis, das stimmt auch nicht. Es wird hier mit ganz fiesen Methoden gekämpft, und das geht so weit, dass die Ärzte dann, wenn die Mitarbeiter zum Arzt gehen, sagen, ich habe hier wirklich riesige Probleme, mich haut es praktisch jeden Tag um, ich habe Spindel, ich habe Kopfschmerzen, ich verliere so, dass mein Job, dann sagen viele Ärzte, das ist mir egal, das suchen sie den anderen, ich gebe ihnen keinen Attest. Und wisst ihr, was das ist? Das ist unterlassene Hilfeleistung, nichts anderes. Und das ist eine Sache für die Staatsanwaltschaft. Wenn ein Arzt sagt, ich helfe dir nicht, obwohl er sichtlich ist, die Person ist gesundheitlich angeschlagen, ihre Existenz hängt davon ab, die man davor ja erst mal zerstört hat, dann ist das nichts anderes als eine Straftat. Und da arbeiten momentan viel zu viele zusammen. Und ich sage euch, wenn ihr so mit euren Kunden und euren Mitmenschen umgeht, das wird rechtliche Konsequenzen haben. Und das setzen wir durch. Das Spannende an der Sache war auch, dass die Behörde noch nicht einmal in der Lage war, die richtige Verordnung zu zitieren. Das heißt, die wussten gar nicht, auf was sie sich berufen. Wie soll es denn dann der Unternehmer verstehen, wenn die Behörde selber nicht weiß, was aktuell geltendes Unrecht ist? Woher soll das der Unternehmer wissen? Und das zeigt ja eigentlich schon diese Verunsicherung. Die war am Anfang medizinisch, aber die wird ganz, ganz klar jetzt auch rechtlich gemacht. Keiner weiß, was er noch darf oder nicht darf. Jetzt mal von ganz wenigen, die das vielleicht studiert haben, abzählen. Und diese Unsicherheit ist eines Rechtsstaats nicht würdig. Und damit trägt man im Übrigen auch praktisch jeden Bußgeldbescheid tot, weil es unbestimmt ist. Gut, aber Maskenpflicht ist ja auch wieder so ein Thema, wann wir sie eingeführt haben, haben wir jetzt schon gesagt. Die Maskenpflicht spaltet momentan ein Stück weit Deutschland und sie führt dazu, dass wirklich eine massive Diskriminierung stattfindet. Ich meine das nicht von Leuten wie mir. Ja, ich meine von Leuten, die wirklich da richtig massive gesundheitliche Probleme haben. Die werden aus Läden geprügelt, die werden von der öffentlichen Versorgung abgeschottet. Ich kriege da Fälle auf den Tisch. Das ist wirklich katastrophal, was hier passiert. Was Kindern in der Schule angetan wird, von Lehrern teilweise. Es ist, da reicht noch nicht mehr mehr Strafrecht. Es gibt in keinem deutschen Bundesland eine Maskenpflicht in Schule. Und wer das jetzt bestreitet, irgendein Kollege von mir, der soll mir das bitte zeigen, es gibt keine. Und trotzdem gibt es hundertfach und tausendfach Lehrer, die das mit aller Gewalt durchsetzen, unter Berufung auf ihr vermeintliches Hausrecht, das sie nicht haben. Und es braucht in aller Regel erst mal einen Rechtsanwalt, der sagt, ihr habt überhaupt keine Rechtsgrundlage. Was macht ihr hier eigentlich? Dann wird teilweise gesagt, wir machen das trotzdem, es ist uns egal. Hey, wir sind ein Rechtsstaat oder sowas in der Art. Seit wann kann sich jeder seine eigenen Regeln machen? Die Kinder werden teilweise dann, wenn man überzeugt hat, okay, es gibt keine Maskenpflicht, die werden allein ins Eck gesetzt. Ich glaube, das war früher eine Strafe, das war vor meiner Zeit, aber zu meiner Zeit gab es das nicht mehr. Da kommen Lehrer, die sagen, okay, das Kind wird jetzt komplett bewacht. Also wenn es auf die Toilette will, dann laufen wir dem hinterher. Es wird an der Schule abgeholt, wie beim Gefängniswärter. Und das macht man mit kleinen Kindern. Ihr redet hier nicht von 18-Jährigen in der 13. Klasse. Das passiert mit Schulkindern, mit 6, 7, 8-Jährigen. Die sind fertig, die werden fertig gemacht, die Eltern wissen nicht mehr weiter. Und das soll ein Rechtsstaat sein. Das ist das, was die Politik hier verbricht. Das ist ein Verbrechen, nichts anderes. Also da muss man sich wirklich wehren. Als nächstes werden sie jetzt versuchen, diese Maskenpflicht durchzusetzen. Auch dann ist die Frage, wie geht man dagegen vor? Aber das ganz Schlimme ist ja, diese Paralleljustiz, dass jeder auf diesen Irrsinn noch einen draufsetzt und meint, er darf das auch noch, inklusive der Deutschen Bahn. Also falls ihr da mal ein paar Mandate habt, ich habe einen Kollegen in Köln, der macht jetzt momentan für uns diese NRW-Geschichten, Bußgeldbescheide, Strafrecht, auch so Maskengeschichte, das wäre der Herr Dirk Sattelmeier aus Köln, der hat sich da bereit dazu erklärt. Also bitte schreibt nicht mich an, ich kann das nicht bearbeiten. Bitte guckt erstmal, ob jemand anderes findet. Ich kenne das NRW-Gerecht jetzt auch nicht so gut. Also da wirklich, da muss man sich wehren und legt gegen jeden Bußgeldbescheid, legt Einspruch an, die sind alle rechtswidrig. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber es wundert ja auch nicht, dass die Leute so abgehen, wenn man dieses BMI-Schreiben liest. Ich habe es gerade im Taxi diskutiert, da hätte man doch eigentlich mal sagen können, okay, jetzt geht es eigentlich zu weit. Wenn der Staat als Handlungsanweisung schreibt, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, werden unsere Kinder mehr oder weniger misshandelt. Ich lese jetzt nicht alles vor aufgrund der Zeit, aber Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch, Kinder werden sich leicht anstecken, nicht bewiesen, selbst Ausgangsbeschränkungen helfen nicht. Zum Beispiel bei den Nachbarskindern kann man sich anstecken. Wenn Sie dann Ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und Sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil Sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist das das Schreckliche, was einem Kind je passieren kann. Ja, mag sein. Aber das Lehrern als Handlungsanweisung mitzugeben, das ist ein Verbrechen, das ist Kindesmisshandlung, das ist ein Fall von Staatsanwalt. Und das passiert. Das machen die selbst dann, wenn ich sie vorher davor warne, wenn ich sage, Leute, das dürft ihr nicht, haltet euch von den Kindern fern. Wenn der Lehrer sagt, er möchte das nicht mehr schaffen, dann soll er zu Hause bleiben. Das ist mir egal, ich kann mich nicht an achtjährigen Kindern vergehen. Und schon dreimal, wenn die Schulämter ausdrücklich und mehrfach sagen, ihr dürft das nicht und sie machen es trotzdem. Wo sind wir in Deutschland hingekommen, dass jeder meint, er kann machen, was er will und das zu Lasten der Schwächeren, der Alten, der Behinderten und der Kinder. Ich glaube, das ist noch vielen Leuten gar nicht klar, da muss man auch wirklich noch Aufklärungsarbeit machen, weil hier passieren Dinge, die kriegt der Normalbürger nicht mit, aber ich kriege das jeden Tag. Mir kommen häufig die Tränen, einfach nur, weil ich das lesen muss und weil ich sage, Leute, es ist schrecklich, was hier passiert. Und all das bewirkt diese nutzlose Maske, wo der Herr Drosten selber gesagt hat, damit hält man das nicht auf. Ja, es steht auch drauf, man hat sich dann gerechtfertigt, man hat uns nur angelogen, weil wir nicht genug hatten. Ich weiß nicht, seit wann es in Ordnung ist, dass die Regierung, das eigene Volk so dreist anlügt. Ich meine, warum soll ich den Leuten heute noch glauben, wenn sie vor drei Monaten gelogen haben? Es ist einfach... Warum? Und sie erreichen damit auch was, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Das ist weitere Teilung der Gesellschaft, ja. Teile und Herrsche. Divide et impera. Macht euch das immer wieder alle bewusst. Je mehr die Gesellschaft gespalten wird, desto mehr können die, die an der Macht sind, egal wer das jetzt ist, ob das jetzt Banken sind, ob das Regierungen sind, ob das Massenmedien sind, desto mehr können die machen, was sie wollen. Es ist egal, ob das jetzt links, rechts ist, schwarz, weiß, arm, reich, alt, gesund, Düsseldorf, Köln, völlig egal. Jede Art dieser Spaltung macht uns alle schwächer und macht die stärker. Und da muss man höllisch aufpassen. Und ich glaube, das ist inzwischen vielen Leuten klar geworden, dass dieses alte Spiel, gerade links, rechts, Mitte, dass das so nicht mehr funktionieren kann, weil es nur einen Zweck hat, euch allen den Mund zu verbieten, euch alle zu spalten und das werden wir nicht zulassen. Wir halten zusammen. Jeder, der auf dem Boden des Grundgesetzes oder auf dem Menschenrechten, die gibt es ja auch global, wer auf diesem Boden steht, hat genau das gleiche Recht, zu demonstrieren, sich zu wehren, hier anwesend zu sein, seine Meinung zu sagen. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wenn ihr eine Botschaft von mir mitnehmt, dann nehmt die mit, das ist die wichtigste. Das ist nämlich ganz einfach. Die absolute Masse der Menschheit, damit meine 99,9 Prozent zumindest, haben die gleichen Bedürfnisse. Ich glaube, wir können uns alle auf Frieden, Freiheit, Gesundheit einigen. Gibt es irgendjemand, der da sagen kann, nee, das finde ich nicht gut? Kannst du mir nicht vorstellen. Ich glaube, da kann sich jeder Mensch auf der ganzen Welt darauf einigen. Und trotzdem gibt es auf der Welt Kriege ohne Ende. Trotzdem werden die Menschen gegeneinander aufgehetzt. Und dann fragt man sich halt, wer profitiert davon? Ja, vielleicht Teile von Geldadel, Politik und Massenmedien. Weil die sind die, die die Kriegstreiber sind. Sowohl im richtigen Krieg, und da haben wir auch viele gefühlt, als Deutschland, wo wir uns beteiligt haben, als auch in dem medialen Krieg und der ganzen Hetze, die hier momentan passiert. Nur weil Menschen den Mut haben, ihre Meinung zu sagen. Und diese Art von Presse und Unterdrückung, gegen die wehren wir uns. Und deswegen gehen wir auf die Straße und deswegen gehen um 1.8 Uhr alle nach Berlin. Noch ein bisschen Rast zu Recht oder Unrecht oder wie man es nennen möchte. Ja, also wir haben ja inzwischen relativ viele Demonstrationen in Deutschland, wo immer noch Maskenpflicht herrscht. Und wir versuchen die jetzt auflaufen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht segnet das alles ab. Es gibt Bundesländer, wo ich jetzt hier mit Maske stehen müsste. Natürlich würde ich das nicht tun. Ich würde mich lieber verhaften lassen. Aber es gibt genug, wo das immer noch wollen. Und die machen das auch dann, wenn wir sagen, ein Umkreis von 10 Metern um Redner ist niemand. Da sagen sie trotzdem, ist uns egal, wir machen es einfach, weil wir euch ärgern wollen. Weil wir es können, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, damit befassen wir uns nicht. Und das ist für eine Demokratie und für einen Rechtsstaat doch eine Entwicklung, wo ich als Jurist und viele meiner Kollegen empört sind. Vor allem die, die das System jetzt hier, was hier vor drei, vier Monaten aufgebaut wurde, noch nicht so verstehen. Ich rede mit vielen Kollegen und die sagen, so was hätte ich nie gedacht. So was habe ich noch nie gesehen. Ich mache diesen Beruf jetzt seit 20, 30 Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass das in Deutschland passiert. Aber es passiert momentan. Und immer mehr meiner Berufskollegen sehen das. Leider stehen zu wenige noch dagegen auf. Muss man auch mal sagen. Aber nochmal ganz kurz zu unserer Justiz und zu unserem Bundesverfassungsgericht. Der Präsident hat mir ja kürzlich mal einen Beschluss geschickt, der sinngemäß übersetzt heißt, wenn die Willkür nicht groß genug ist oder die staatlichen Maßnahmen und die Einschränkungen nicht reichen, als zum Beispiel Maulkorpppflicht, Verredner auf einer Demo, dann gucken wir uns das gar nicht an. Wir prüfen das gar nicht. Wir gucken uns die 30 Seiten, die du vorträgst, gar nicht an. Das ist uns schlicht egal. Das ist uns nicht wichtig genug. Das ist ein neuer Tiefpunkt in der Verfassungsrechtsprechung in Deutschland. Und wenn ich mir anschaue, woher der Herr Harbert so kommt, überrascht es mich nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht, wer den Mann kennt. Ich kann euch mal kurz ein paar Fakten geben. War im Bundestag mit der CDU. War Honorarprofessor in Heidelberg. ist er relativ kurzfristig geworden. Hatte noch ein sehr hohes Einkommen nebenher mit seiner Kanzlei. Obwohl er eigentlich Bundestagsabgeordneter war. Also ich hätte das jetzt nicht, wenn ich früher was anders mache. Oder ach, aber macht ja nichts. Hat super Connections zur Automobilindustrie. Also der Mann war von Anfang an umstritten. Geht mit Merkel auf Wahlkampf. Und jetzt ist er der Präsident unseres höchstes Gerichts und soll über diese Politik urteilen. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber der Interessenskonflikt, der schreit zum Himmel. Und wenn ich lese, da kommt endlich mal einer mit Gesetzgebungserfahrung in das Bundesverfassungsgericht, der noch nicht mal Richter war, sondern Anwalt genauso wie ich, dann frage ich mich, Leute, ich habe eigentlich mal gedacht, es gibt eine Gewaltenteilung. Und unter Gewaltenverteilung verstehe ich nicht, dass ich heute im Deutschen Bundestag bin und ein Jahr später im Bundesverfassungsgericht. Vielleicht wechselt er ja irgendwann wieder zurück. Ich meine, das macht man auch in der Pharmaindustrie und wir sehen, wohin uns das alles geführt hat. Dass das in der Justiz jetzt passiert, finde ich bedenklich. Finde ich bedenklich. Gut. Irgendwann holen sie mich meistens von der Bühne, weil die Zeit nicht mehr ausreicht. Aber das geht schon. Ja. So viel zur Justiz. Unsere Anwälte sind teilweise auch nicht so richtig organisiert, aber wir sind da jetzt gerade so ein bisschen dran. Also wir machen da so ein paar Projekte. Das mit den Aufklärungen, das haben wir jetzt schon mal angesprochen. Also da wollen wir, glaube ich, mehr so die juristischen Sachen mal klar machen, Prozesse vernetzen, dass da ein bisschen was passiert. Wir sind aber auch noch in einem anderen Projekt dran und da wird in Kürze einiges kommen. Das wird man auch so verbreiten, dass ihr das mitkriegt und spätestens in Berlin auf der Bühne wird das alles stehen. Ja, also da kann ich euch mal schon im Vorfeld sagen, da gibt es Organisationen. Danke. Weil ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag 100 Leuten zu sagen, tut mir leid, mein Tag hat nur 24 Stunden, und ich kann euch nicht helfen und ich weiß auch nicht, wer helfen kann, weil die wollen alle nicht. Das ist jetzt einfach mal ein Punkt, wo man gesagt hat, wir machen da was und das werden wir tun, damit wir hier wieder einfach den Leuten helfen können. Gut. Dann die Frage, wie macht man, ich will ja jetzt nicht nur schimpfen, aber ich will das offenbar sehr gut kann, die Frage ist, wie löst man solche Probleme? Also es gibt ja Handlungsanweisungen, Handlungsalternativen, wir wollen ja jetzt auch wirklich sehen, was können wir anders machen. Juristisch sind wir da jetzt dran, wir werden einfach gucken, dass wir uns in jedem Bundesland Muster pro Verfahren raussuchen, wo man wirklich mal versucht, den Staat mal anzutesten, wie weit geht er. Also bei unserem Platzverschfall, da wird zum Beispiel dann vielleicht irgendwann mal geschrieben, das und das und das machen wir jetzt, wir halten uns an die Verordnung, und übrigens, wenn ihr uns wieder schließen wollt, dann haben wir den Anwalt gleich da und dann diskutieren wir das doch einfach mal vor Ort. Ja, dass einfach die Hemmschwelle für die Behörden höher ist. Weil auf den Anführungsstrichen kleine Mitarbeiter einhacken, das ist relativ einfach, bei Juristen ist es ein bisschen schwieriger, da dreht sich nämlich die Gewaltspirale oder die Spirale dessen, der wir in Ernst nehmen, doch ein wenig in unsere Richtung. Ja, und das hat man heute auch wieder gemerkt. Und das sollte schon klar sein, also wir müssen uns an Regeln warten. Das ist das, was wir juristisch machen können. Demonstrationen sind wir ja momentan auch sehr, sehr gut dabei, uns zu vernetzen. Also nicht nur der Herr Söder ist auf die nächste Pandemie vorbereitet, sondern wir sind auch auf den Herr Söder vorbereitet. Und der ist nochmal, ich wohne im Grenzgebiet zu Bayern, derjenige, der sich hier meines Erachtens am weitesten aus dem Fenster gewagt hat und absolut in die falsche Richtung geht. Und ich hoffe, er kriegt die Quittung bei der nächsten Wahl. Wenn ich nämlich höre, wir haben hier ja Veranstaltungsbranche, die momentan vom deutschen Staat zerstört wird. Und wenn ich höre vom Herr Söder, Sie können ja zu Hause mit Ihrer Partnerin tanzen, in Bezug auf die Veranstaltungsbranche. Da sage ich, Herr Söder, machen Sie das doch, bleiben Sie zu Hause, tanzen Sie so lange, wie Sie wollen, aber treten Sie zurück, wir brauchen Sie nicht mehr. Und solche Sachen brauchen wir noch gleich gar nicht. Aber zumindest haben ja die Motorradfahrer kürzlich gezeigt, dass man auch München ganz, ganz einfach lahmlegen kann. Gruß an die Biker, ich hoffe, ihr kommt am 1. August. Man muss manchmal auch einfach sagen, ich gehe jetzt mit meinem Motorrad und fahre ein bisschen über den mittleren Ring. Das ist nicht verboten, das kann man machen, das haben die gemacht und das war sehr, sehr effektiv. Ich fand das eine super Aktion und ich kann das nur gutheißen. Aber man muss sich nicht gleich mit dem Staat anlegen, man kann auch einfach mal über sein Konsumverhalten relativ gut ändern. Und ich glaube, den meisten Menschen geht es nach wie vor um den Geldbeutel. Ich habe das Glück, dass ich mich aus diesem Finanzkarussell schon ein Jahr vorher auch verabschiedet habe, von daher tut mir das nicht weh, aber versuche die Menschen teilweise auch einfach dadurch zu unterstützen, dass er denen das Geld gibt, die es verdienen. Wenn ich noch ehemals wieder in Göppingen oder in Schorndorf bin oder in Stuttgart, ich bin dann genau in den Restaurants, die auf unserer Seite sind, die sich für uns interessieren und die anderen, da gehe ich nicht mehr hin. Oh mir leid, ja. Wenn man mich mit Maske begrüßt, drehe ich um und das kann ich euch auch nur raten. Also bitte überlegt, wer kriegt euer Geld und seid auch nicht zu faul. Ich spende nicht an Paypal, ich spende an einem Bankkonto, weil das eine werden sie uns sperren. Man muss wirklich dann auch selber sich hinterfragen. Jeden Tag nehme ich mich nicht aus, wer kriegt von mir Geld. Das ist ganz wichtig, weil das ist ein Hebel. Den haben wir und da reichen 20% der Bevölkerung ohne weiteres aus. Gut, die Zeit rennt. Ich komme zum Schluss, ich bin schon auf der letzten Seite. Macht Werbung untereinander, macht es im Briefkasten, den kann man nicht zensieren. Wir müssen gucken, dass wir diese psychologische Spirale auch durchbrechen, je mehr Leute hier ein positives Signal senden und Mut zeigen, diese neue Realität nicht zu akzeptieren, desto weniger wird sie kommen. Da müssen wir alle zusammenhalten. Der wichtigste Tag dafür wird der 1. August sein. Das weiß ich heute schon, dass es mein schönster Geburtstag sein wird, den ich je hatte und auch der größte. Von daher, lasst uns alle zum Tag der Freiheit nach Berlin gehen. Lasst uns gemeinsam alle miteinander in Deutschland und auf der Welt für Einigkeit, für Recht und Freiheit einstehen. Das ist meine Botschaft. Ich hoffe, ihr kommt alle, wir sehen uns wieder. Danke, Düsseldorf. Bleib gleich mal auf der Bühne, Markus. Bleib gleich mal auf der Bühne. Holger, drehst du mich mal ein bisschen runter? Ich hab ein bisschen mehr Bums in der Stimme. So. Okay. Wir haben ja gerade schon freundlicherweise ein bisschen gelästert wegen dem T-Shirt und deswegen haben wir uns gedacht, nimmst du eins aus Dortmund hier von Düsseldorf mit nach Ulm zurück. Und nochmal ein Riesenapplaus für den Markus Heinz. Hunderte von Kilometern gefahren, um heute hier zu sprechen und wir müssen leider auf die Zeituhren.